aber noch 26 minuten wenn ich auch schaffen so das hat mir doch einheitlich unendlich jetzt kann nichts mehr so schnell was passieren glaube ich wo ich auch die zitadelle ja voll weg er hat genutzt aus schwimmen ist er gelandet weil sie dann ist beinahe weg sehr gut ja bist du ja auch immer du bist von meinen leuten doch nicht vergessen hat dinge nicht zu zerstören weil sonst ende im gelände manchmal das ding kann das ding kann ruhig zerstört werden nur voll schreck bekommen hat sie auch wenn man zu panik vertraut haben das scheint nun einmaliges erlebnis gewesen zu sein nein okay wir leben noch gut beinahe wo kann ich denn jetzt die dinge zu bauen zitadelle vielleicht auch hochkommen soll ich das vorwärts muss ich mich noch herum bauen auch noch nicht das ding kommt schon nein das gibt es nicht jawohl ich habe jetzt kaputt jetzt ja ja sehr schön ein ding schon mal weg auch wenn es nichts bringt denn einen können sie nicht benutzen und dann andere ja weiß ich nicht die hat benutzen wollen werden müssen keine ahnung oh nein geh weg oh nein was machen wir jetzt spitterwerfer im raten supernähe fett rausgauen hallo nein ich war sie ist das mein hauptcharakter oh gott frage ich weiß ja nicht was so ein verdammter trojanischer esel macht deswegen weiß ich nicht wer hat jetzt nur wer dinge hier ist nur wer das hier dann was hä ich kann nichts mehr bauen wie jetzt ich mag es mal eine anzahl gebäude oder was leck mich doch an was ist das denn für ein dreck weg wie heißt wenn wir dich kaputt hauen na weißt was ich gehe doch hier zum verdammten krankenhaus und anlauf wer ist mitten ins krankenhaus rein wo sind da da schnapp ich mehr verdammt so kurz davor man helfe zieht hat viel ab keine ahnung beim wurm irgendwie so 300 ab seit ich so herausgefunden habe im letzten kampf allerdings auch schon verdammt stark da kann man jetzt einer sagen warum keine stadelle bauen kann habe ich echt zu viele gebäude oder was da ziehe ich jetzt mal nicht ein was 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 wie kurs hier auf der teil musst du da auf damit hat macht wer so ist jetzt irgendwann mal fein da stehen von er weiß nicht weiter da mache ich an dann die luftangriff wurde luftangriff nein das ist weg da ist aber jetzt nicht alles weg oder der ding ist ja noch mal damit verbunden oder geht vielleicht kann es jetzt auch endlich ja auch hier kein problem solange das ding da abnehmen ist macht ihr hoffentlich nicht kaputt hauen warum kann ich nichts bauen leckt mich ab nein auch mal was ist ein lad liegt also nicht am platz anscheinend das ist ein trojanische esel eben da zum krankenhaus ein da habe ich mir schon gedacht oh gott ich hoffe jetzt sind nicht zu viele explosionen die da ausgelöst werden bitte vorsicht da unten ok hallo alle zusammen ich habe jetzt nicht getötet krankenhaus demoliert so als müssen nur die daran glauben ich muss leider da hoch gehen und die so töten weil mit den waffen komme ich da nicht hin muss ich mit bazookas und also was erlegen da sind noch vier stück man aber sie lesen und die töten mich ich stelle mich damit eine verdammten dinges vor und ja frage so oder so das ist das problem jetzt guck mich mal an was hier gleich passiert was sie müssen die festung des gegners zerstören gewinnen sie vierte sie was wie soll ich denn das machen wie soll ich das ganz ehrlich machen wie soll ich das ganz ehrlich machen oder guck dich doch mal an wie soll ich denn das bitte schön anstellen nein 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 hey wie soll ich denn das bitte schön anstellen ich muss die festung zerstören wie soll ich denn das machen wenn ich die festung zerstöre dann sind die doch alle weg und ich habe doch vier siegel des orte des sieges oder eins zwei drei vier der ist auch nicht markiert als erledigt ich habe meine besten waffen jetzt schon weg willst du mich verarschen ich habe meine besten waffen jetzt schon verballert weil ich dachte ich muss das nicht erledigen hey was ist denn das ach man wird locker irgendwie 50 minuten dauern der kampf was zum jetzt sind so verzweifelt habe ich das gefühl na na ich komme wieder zurück jetzt sind lebensgefährliche typen das heißt mich mit dem musoko massaker und also was hier versuchen das ging zu töten wie soll ich denn das schaffen ich sei mir schon längst tot ja super ich habe noch nicht mal so ein ding leckt mich ja super jetzt sind wir dran ganz ehrlich haben sie sich da vorgestellt ich verstehe nicht die hat 12 kp wenn das ding explodiert ist sie tot ach man was verlangen die ja eigentlich von dem was verlangen die eigentlich hier im spiel weil ich hab gewusst hätte ich die ganze Zeit auf die festung geballert oh ne ne ja komm ich hab die mission sowieso schon verkackt ja komm ja er hat viel schaden gemacht jetzt wenn ich jetzt mit allem von denen treffe ich auch nicht schaffen das ding explodiert und ja helen ist tot verstehe nicht wir sollten wie soll ich denn das von anfang an bitteschön schaffen das spiel ist zu schwer für mich habe ich dafür ja ich mache zwar ordentlich schaden aber wirklich reichen aber nur einen glaube ich ja ich bin alle trojan weil ich hat gewusst damit ich bin wäre ich mir nur noch was nur darauf gegangen ja weil stimme ich jetzt nicht so froh ist genau wie die letzte mission verstehe ich warum ich nicht näher kommen können den titel den Rest habe ich mit dem Mörser machen mit dem habe ich sowieso nie äh man das ist nicht gut und bewegt sich auch nicht da weg oder so warte ok hab ich sogar noch eine sonder zwei ach man 28 watt er wäre so eine blöde ich weiß ich bin jetzt sehr demotivierend und ist wahrscheinlich nicht so kommt wahrscheinlich nicht so rüber aber naja wenn er jetzt schafft den turm kaputt und alles andere was ich da habe kaputt zu machen dann hast dich echt aus ganz ehrlich und ich glaube der schafft hat ne ne ok hat er gut getroffen das darf ich jetzt mit der splitterbomben und immer auch schon machen super talent war sowieso weil dann eine explosion kommt und dann wo sie es vielleicht außer reichweite ich weiß es nicht man muss aber auch sagen hat sich die echt aus wie ein richtiges schlachtfeld naja 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 jetzt kommen wir auch noch hier sind so viele sachen nämlich jetzt vom siegen abhalten also mich aber auch treffen mit dem kackding das habe ich sowieso nicht ich weiß doch echt nicht mal ein kratzer sah so aus ich hätte getroffen wenn es mich eigentlich ja jetzt fragt einer von denen oder auch nicht mal mal genau so ich bin nach griechenlande ach man das doof trifft doch ich habe da getroffen wird zum teifel ist irgendwo dagegen geprallt ja jetzt hier nicht auf die sie auf irgendwas anderes bitte ich muss damit bei so kassim rennen das war spiel nicht ich treffe doch war jetzt habe ich getroffen danke das hat nichts abgezogen ich sehe doch 52 jetzt auch zweimal wenn ich genau zweimal treffen würde dann wird das klappt wenn jetzt den turm leiten kaputt hauen den kaputt und dann sind wir dran so ganz nebenbei aber wenn man das wirklich nur gewinnen dann freue ich mich auf jeden fall dann werde ich einfach nicht fassen er zweifel stück da ist er gut das war zu weit war der verkackte windschule daran schuld weil wir die mörser aussehen habe ich kein keine chance mehr weil mit dem splitter ding treffe ich nicht mit splitter dingen werde ich nie im leben treffen wer hat so scheiße am abbreiten ist und also ein granaten waffen type den komme ich allgemein nicht klar ob gott wird treffen die nicht außer meinen dingen hier auf den gehen audi waffen aus hat dann kann das sein aber jetzt sind sehr sparsam ach man was ist nach von kack wind leckt mich doch solchen hat mit den spittern den lang leicht treffen jetzt gleich nur noch kamikaze was hier machen muss nein 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 hier sind wir noch im leben vom bahn wenn ich mich nie im leben treffen mit dem ding welchen im leben treffen hat weiß ich der kapiert ding noch 102 wir können ja auch nicht damit genau eine kack waffe ganz ehrlich muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen naja super dem ding welchen im leben treffen hat kann ich euch jetzt schon sagen was ich lieber mit kann ich ja lieber mit ding es auf die los gehen der kack bazooka okay damit sagen wir haben keine andere wahl mehr keine wahl mehr ich kann nix anders machen ich kann nix anderes machen ich kann nix anderes machen 20! Leck mich! Das heißt, ich bin für eine Renate oder so und ich bin tot. Oder er geht lieber auf Dingels los, okay. Ja, jetzt haben wir sowieso verloren. Ich hatte den irgendwie geplant, so im Hinterkopf zu behalten, aber jetzt kann ich das vergessen. Sehr gut, danke. Ja, die Besten. Hey, was soll ich denn jetzt noch machen, ey? Das kann ich noch so versuchen, ganz ehrlich. Jetzt bin ich tot. Jawohl! Nein! So verzweifelt, ne? Ich hab keine Chance. Mein ganzer kann ich gleich nochmal machen. Der trifft mich ja so nicht, bin tot. Ja, das war's. Mann! So scheiße, ey! So scheiße, ganz ehrlich. Ja, ich werde das hier nochmal neu starten und hinten dran hängen und wir sehen uns dann. Okay. Ah, wir haben's geschafft. Ah, wir haben's geschafft. Endlich ist hier Nela befreit. Irgendwie hat sie es überlebt, um einen Kratzer zu bekommen. Hurra, es ist Königin Helena! Bewundert ihre Schönheit, diese... Oh, schreck, sie sieht ja aus wie meine Großmutter. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, irgendwie. Tja, Jungs, zurück zu den Schiffen. Naja, wir brauchten wohl 25 Jahre. Was haben sie erwartet? Ja, damit hätten wir die griechische Story abgeschlossen, nehme ich an. Was kommen jetzt als nächstes? Ja, ich möchte speichern, ich habe auch zu finden und Gold bekommen. Ja, das war sehr lästig. Ja, und ich habe lieber diese 13 Trojaner, habe ich lieber so mit der Granate getötet. Ich gehe jetzt mal mit einem... Oh, orientalisch kommt das als nächstes. Ja, ich habe es so mit Granaten erledigt, dann waren die mal mit einem Schlag weg und danach gewohnte Ablauf. Niedergang der Kriegsherren. Als nächstes kommt die japanische, äh, orientalische Story. Sehr schön, da freue ich mich schon drauf. Dann teile ich jetzt nur noch die und, äh, die mittelalterliche. Dann nehmen wir natürlich die Dynastiken. Und dann würde ich sagen, das machen wir ja in der nächsten Folge von Let's Play Warmsports unter Belangerung. Ich bedanke mich allherzig für die Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.